Lege ich mal hier ab, so, Eisenholz, Eisenholz, so, und dann guck ich mir hier nach den Tropenbäumchen, so, wie sieht's aus, ach, jetzt wachsen sie alle, okay, wunderbärchen, dann machen wir mal einen Baumbut, so, put, 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 den Baum, so, und hier auch, so, im Dschungel wachsen sie nur nicht, nur hier wachsen sie, weißt du, aber im Dschungel nicht, ist doch klar. Ach, Mann, das ist doch alles Mist, so, jetzt hier, komm ich wieder nicht ran, jetzt aber so, und hier, baue ich auch nochmal ab, geh kaputt, du Baum, nee, das hat nicht geklappt, ach, Mann, meine Hände sind zu kurz, wie gesagt, das wäre toll, wenn es so eine Verzauberung gäbe, dass die Reichweite erhöht wird, warum sitzt der Hund hier, ja, jetzt jaul nicht rum, du Hund, wofür ist ein Leben wie ein Hund, weiß ich nicht, äh, nee, gibt's da nicht so einen Spruch irgendwie mit Hundeleben, ich weiß es nicht, ach, so, Setzlinge, keine Setzlinge mehr, so, na gut, einen, achso, wir haben ja noch genug, ja, 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 ich hatte ja so viele gecheatet, weil die einfach so schwer zu bekommen sind, das ist einfach Mist, ach, siehste, dann kann ich ja jetzt, wenn ich so viel, nee, ist auch blöd, so, und da ist jetzt einer drauf, ich nehme mal ein paar Blätter nochmal mit, für alle Fälle, weißt du, kannst du immer gut gebrauchen, hier ist auch nochmal ein Setzling, so, dann haben wir jetzt, wo sind die denn, ach da, 54, ha, ist eigentlich, im Moment reichen diese Zlinge ja noch, so, hier waren noch welche drauf, glaube ich gerade, aber nö, so, ne, nö, ach, hier ist noch einer, so, das reagiert echt sehr träge hier, das ist ein bisschen doof, ah, das ist auch noch ein, alter, zwei Creeper, nee, das kann ich ja hier nicht, das geht ja nicht, nein, 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 das ist Drecksvieh, Drecksvieh, eh, so, jetzt hat er wieder die Hälfte der Landschaft in die Luft gesprengt, das ist natürlich auch sehr toll, so, können wir das gleich anders gestalten hier, so, Mann, wobei das hätte bleiben können, glaube ich, naja, so, blöde Creeper, ich hasse die, so, na, das machen wir mal so, ah, kannst du, glaube ich, lassen, ach komm, weißt du, so, 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 vielleicht, ah, es ist ein bisschen gerade, ne, aber was willst du machen, so, hilft ja nicht, so, hier ist ja auch sehr toll, hier, da ist noch die Rückwand von der U-Bahn, ach ja, die immer noch nicht fertig ist, die wollte ich ja auch noch irgendwann bauen, also, wirklich, jetzt, das Problem ist, ich hab, ja, kein Eisen, seht ihr ja, ich hab ja kaum Eisen für Scheren, wie soll ich dann so viel Eisen für Schienen noch herkriegen, wo soll ich das herkriegen, vor allem, naja, weiß ich nicht, so, jetzt aber erstmal hier schön, äh, ähm, ja, hier, äh, hier ist ein Zombie gestorben, auch nicht schlecht, wir sind eigentlich im, im Dschungel, auf Blättern können ja sehr, sehr wenige Viecher, ich glaube, auf Blättern können die gar nicht spawnen, ne, war das nicht so, ach ja, so, jetzt, äh, erstmal hier hoch, wie hatte ich denn hier gebaut, warte mal, halt, ähm, ich guck mal von der Seite, ah ja, genau, okay, gut, also hier so, so, dann einmal, ach ja, die Bretter brauch ich wieder, so, so, das war ja falsch, die müssen hier hin, so, halt, du musst weg, du musst weg, und hier hin, so, ähm, dann hier, die normalen hin, genau, und so, und jetzt sind wir hier auf dem Baum und auf der Erde, das ist natürlich sinnvoll, aber naja, so, und wir wollen, wohin, nach da oben wollen wir hin, ne, genau, hier oben wollen wir hin, hier können wir eigentlich auf den Bäumen direkt bleiben, das sind aber wieder Eichen, das ist ein bisschen doof, naja, so, das muss, hätte ich mit der Schere, ach ne, waren eh Eichen, so, okay, dann kommst du auch nochmal weg, so, hier, ja, ist natürlich schön, äh, das ist hier so, ne, aber was willst du machen, so, okay, dass das jetzt hier in so einem Berg drin ist, ist natürlich ein bisschen ungünstig, das gefällt mir nicht so ganz, aber was hilft ja nicht, was will man machen, ne, so, äh, jetzt komm ich ja gar nicht raus, ah, weg, weg, ihr Blätter, weg, so, okay, jetzt bin ich hier auf den Bäumen drauf, gehe ich einfach mal, ja, einfach gerade drüber, weiß nicht, aber dann mache ich das hier mal wieder weg, so, so, vielleicht, ups, so, dann müsste ich eigentlich das irgendwie nur stabilisieren, weil auf den Glättern hält's ja eigentlich nicht, andererseits ist halt Minecraft, so, toll, jetzt hab ich, was hab ich jetzt gekriegt, ein Eichensetzling, ach toll, da ist ja richtig töfte, so, wo will ich denn eigentlich hin, da oben will ich hin, oh Gott, naja, das wird schon irgendwie, so, warte mal, hier mach ich gleich mal so, 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 und hier so, und und so, und jetzt wieder das gleiche hier bauen, ach, verdammt, so, eigentlich könnte ich ja hier verschiedene machen, weißt du, einmal so hier, und dann gehe ich auf diese Höhe, und dann gehe ich hier nochmal hoch, das geht natürlich alles, das ist natürlich nicht schlecht, auf welche Höhe muss ich denn, so weit hoch, muss ich irgendwie, na gut, das krieg ich ja noch hin, so, hier, das muss weg, hier muss der hin, so, und, naja, so, okay, damit das auch gleich aussieht hier ein bisschen, muss ich das auch ein bisschen so machen, so, und dann, äh, hier nochmal der, so, und dann hier so, 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 war es das tief, oh Gott, es geht so tief runter, da kriege ich ja Höhenangst, so, hat, hier kommen die normalen hin, so, jetzt komme ich hier natürlich genau, äh, scheiße an, ach, naja, so, 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 und mir fehlen natürlich, ach, ich habe noch Tropenholz hier, 64, sollten erstmal reichen, so, und Sprengpulver habe ich auch, was soll ich denn damit jetzt, naja, so, ähm, hier komme ich direkt an der Blätterdecke an, was natürlich ungünstig ist, ähm, ich mache die mal weg hier, jetzt, wo muss ich denn hin, wo muss ich denn hin, in welche Höhe, Blätter kann ich wieder ran machen nachher, so, jetzt aber erstmal gucken, ich muss nach da oben, oh Gott, das ist ja natürlich schön, wie komme ich denn da jetzt hoch, ähm, warte, 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 ich überlege, ah, ich weiß, ich mache das jetzt einfach hier drauf, so, ich stütze das hier mal ab, so, ne, sieht besser aus, sieht dann aus, als wäre es denn abgestützt, so, und dann mache ich hier mal so, halt, und dann geht es in diese Richtung hoch, hier auch ein bisschen abgestützt noch, warte, so, ne, es ist zu viel, halt, ich sehe hier wieder nicht durch, was habe ich denn jetzt hier, so, das habe ich jetzt hier, okay, okay, jetzt muss, das hier hin, und, das war ja komplett, bekloppt, halt, so, komme ich hier, nicht hoch, toll, das hier hin, und dann wieder die hier, so, Moment, nein, ach, falsch, wobei, die könnte eigentlich bleiben, aber die brauche ich ja jetzt hier, so, und dann komme ich hier langsam hoch, so, hier an der Seite vielleicht, da, auf diesen Baum ruf, und dann bin ich da oben drauf, was natürlich nicht schlecht ist, aber jetzt fehlen mir natürlich wieder die Stüfchen, ja, da habe ich keine, ich kann mir aber aus diesen wunderschönen Holzdingern, äh, eine Werkbank bauen, und die auch mal hier hinsetzen, so komme ich hier hoch, hier komme ich hoch, wunderbar, so, dann brauche ich hier oben meine Werkbank hin, irgendwie, so, und, und mache mir mal ein paar Stüfchen, ne, ein bisschen mehr, so, muss reichen, äh, so, okay, gut, und dann ist es wieder runter, waa, Autsch, und, äh, genau, hier so, so, bis wo, ach so, bis dahinten irgendwo, so, äh, Moment, ach genau, jetzt kommt der wieder, und der hier, genau, und dann hier, hat, und, hier, ne, Moment, ich muss erst mal überlegen, bis, bis wo ging denn das, ach, bis hier, okay, so, dann so, genau, und dann, ich sehe wieder nix, halt, ich kann hier oben mal, ganz kurz, so, das lasse ich, glaube ich, auch so hier, und pennen gehen, also, diesen Aufstieg kann ich, glaube ich, lassen, das sieht gar nicht so schlecht aus, was das hier so hoch, ist auch, äh, ein Traum, wie ich hier wieder gebaut habe, naja, so, aber die Fälle sehen auch nicht schlecht aus, von hier oben, so, und vor allem, ist auch schön fertig, der Weizen müsste ich auch mal wieder ernten, und die Möhren und Kartoffeln sowieso, naja, so, das kann ich ja hier lassen, genau, und hier wollte ich jetzt den Weg raufbauen, Moment, dazu muss ich aber erstmal die weg machen, und, und, und so, genau, und so, Moment, so, hier kommen jetzt die hin, nein, nein, ach, verdammt, so, und so, okay, jetzt nochmal hier hoch, öps, so, okay, und jetzt einmal, hier, und hier, das muss noch da ran, und hier ran, und dann kommt man hier genau rauf, wenn man noch Bretter hat, was ich natürlich nicht habe, so, so, ein bisschen sortieren, so, und dann, äh, Moment, so und so, nein, ach, das ist falsch, und hopps, und hopps, und hopps, und hopps, und hopps, und schwuppdiwupps, fertig ist es, na siehste, so, jedoch, hat doch wunderbar geklappt, so, jetzt muss ich hier natürlich noch das alles richtig bauen, so, und hier auch nochmal, halt, ne, es war auch richtig, so muss es aber, ja, auf der anderen Seite natürlich auch noch gleich, aber erstmal mal hier, so, warte, das ist der, also muss der hier halt, so muss der glaube ich ran, ne, ja, halt, ich muss hier hoch, so, hier ran, äh, hier komme ich gar nicht hin, na ganz toll, so vielleicht, so, okay, wunderbar, ich muss glaube ich von unten anfangen, sonst geht das nicht, so, also hier, warte, hier auf, dieser Höhe, vielleicht so, und, noch den drauf, und mir fehlen schon wieder Bretter, was natürlich total toll ist, mache ich einfach voll, so, okay, wunderbar, dann hier so, und so, so, und hier nochmal und, so, dann hier hin und passt doch wunderbar, ist das nicht toll, so, und das ganze nochmal auf der anderen Seite, was natürlich auch total toll ist, so, Moment, also erstmal hier, dann, so, nein, falsch, 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 so, äh, so, 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 und so, und so, und das schöne Bauern immer wieder, so, dann zeige ich euch mal, wie, wann so ein schönes Baum ausbaut, wieso ist da eine Miliane, keine Ahnung, so, nein, zu tief, da will ich gar nicht runterfallen, so, äh, das war eigentlich auch falsch, so, der muss hier hin, na, jetzt, komm doch mal, so, na also, und dann hier so, wunderbar, und jetzt muss ich, ach ne, jetzt kriege ich hier eh sowieso, warte, der muss weg, und dann hier nochmal der hin, und der, und, äh, dann, so, so, dann bauen wir hier mal ein wunderschönes Baumhaus hin, so, und, äh, zwar hier in, in luftiger Höhe, was überhaupt nicht gefährlich ist, zum Glück, wenn man runterfällt, es tut überhaupt nicht weh, ne, wisst ihr ja, so, dann mach ich mal so, muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht wegen Fraps nochmal runterfalle, weil das ja so, nachzieht dann, äh, das ist falsch gewesen, so, halt, das wollen wir haben, so, wie komm ich jetzt hier hoch, ähm, komm ich jetzt überhaupt irgendwie, irgendwo hin, halt, ah, hier komm ich hin, okay, hier komm ich doch, hier komm ich doch in die, nicht hoch, komm ich hier hoch, doch, ach, ich komm doch hoch, okay, wunderbar, ähm, hier muss, glaube ich, der hin, genau, und, hier muss der hin, und, hier muss, ja, kann es einfach so hin, okay, und das hier müssen wir eigentlich wegmachen, was wird denn das hier, wobei, wenn man das, ein bisschen, ein bisschen ausbaut, kann das natürlich ganz toll werden, hier sind ja auch ein paar Bäume, hier kannst du ja auch richtig, naja, das ist ein bisschen weit weg, eine richtige Plattform hinbauen, so, hier sind natürlich auch ein paar, das geht natürlich hoch, und hier oben ist halt unser Bett, so, alter, ist das hell, so, wow, kannst halt pennen, aber nur nachts, ein Tier, der Ausblick, oh, der Ausblick, da hinten wäre es bestimmt noch geiler, was ist, das schwebt in der Luft hier alles, naja, so, hier der Ausblick auf unser Häuschen, was immer noch nicht fertig ist, da fehlt nur das Fenster, warum habe ich das noch nicht gemacht, keine Ahnung, so, und hier das Bauernhäuschen, ach ja, ist das nicht toll, da in der Ferne, so schlecht sieht das eigentlich gar nicht aus, glaube ich, oder, was meint ihr, also, geht eigentlich, glaube ich, so, jetzt aber erstmal hier runter, und mal schauen, ja, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder, was meint ihr, da kann man doch eigentlich nicht meckern, so, jetzt muss ich aber erstmal hier, so, so, Moment, so, und hier der hin, und hier der hin, und hier der hin, und der, und der, so, damit ich nicht so leicht runterfallen kann, na gut, wirklich, wirklich stabil, die, also wirklich gut ist das natürlich nicht, um nicht runterzufallen, aber immerhin, besser als nix, so, ich muss natürlich von hier unten anfangen, so, halt, da hätte ich auch, glaube ich, den hier setzen können, ne, ja, natürlich, so, ähm, und der andere ist natürlich runtergefallen, was auch total praktisch ist, ähm, komm ich denn hier, komm ich nicht hin, Mann, Mann, eh, muss weg, so, da muss einer hin, das hier, ja, eigentlich, müsste man das wirklich wegmachen, hier das bisschen, so, so, vielleicht besser, ja, doch, das geht doch, ja, das ist falsch, äh, haben wir noch, ne, haben wir nicht, die Dinger haben wir nicht mehr, so ein Scheiß, so, wow, das, ah, diese Scheiß-Fraps, das reagiert alles zu träge, weil ich mit Fraps aufnehme, ach, Mann, bin ich schon wieder fast runtergefallen, so, ich wollte, Moment, 61, ist nicht durch 3 teilbar, aber macht ja nix, ein paar Stiefchen machen, könnte erstmal reichen, so, komm zu Papi, komm zu Papi, genau, so, Stiefchen habe ich jetzt da unten drin, wunderbar, so, hier, ja, ist ja auch noch nicht so toll, warte, das muss mal weg hier, so, und dann mache ich mal hier, das dafür da hin, so, na, das geht auch, warte, mache ich das gleich so, ist natürlich ein bisschen anders, aber macht ja nix, so, und dann hätte ich hier noch irgendwo Tropenlaub, das könnte ich da natürlich auch noch mit dran machen, jetzt, sieht irgendwie komisch aus, naja, so, hier mache ich mal ein bisschen zu, weil hier ist ja, ne, und so, ist ja Baum, da kann er ja ruhig zugebaut sein, so, hier kommt man trotzdem noch, ja, hier kommt man trotzdem noch hin, so, wunderbar, jetzt muss ich aber nochmal hoch, weil das muss noch ein bisschen ausgebaut werden, hier, das ist ja noch ein bisschen klein, so, müsste ich, eigentlich müsste ich das einen höher machen, weil das ist hier ein bisschen niedrig, naja, so, also hier geht's ja noch, aber, na, der kann weg, so, haben wir da vorne, ach, das ist alles, nein, so, ach, geht schon, so, jetzt hier nochmal, ups, ups, ne, den machen wir auch nochmal weg, hier, der haut immer zu viel weg, das ist blöd, so, ah, das geht glaube ich, ja, haben wir hier ein kleines Blätterdach, was natürlich nicht schlecht ist, aber irgendwie, ist der hier blöd, platziert, so, der eigentlich auch, das müsste alles ein bisschen weiter, er müsste eigentlich hier hin, warte mal, oh, das war natürlich schlau, äh, Moment, so, äh, und so, so, Moment, so, und hier, und das müsste, äh, Schere, weg, so, äh, so, genau, jetzt kommt man hier gleich besser runter, so, und, äh, kann dann hier lang laufen, und, äh, genau, hier runter, so, und jetzt brauche ich natürlich erstmal die wieder, so, wie spät ist denn jetzt, oh, schon wieder so spät, ach, siehste, ich habe schon wieder total überzogen, ach, verdammt, naja, so, dann, äh, würde ich sagen, ich, bohme hier ganz kurz nochmal das hier ein bisschen, und so, und dann, die Seite hier noch ein bisschen fertig, zumindest, nein, ach, verdammt, ey, muss ich denn immer, muss ich denn immer, das hält auch immer runter, nein, ach, das ist auch falsch, ist auch runtergefallen, so, also, so, und, äh, weg, so, und, und, so, so, und jetzt haben wir das auch, und jetzt wird es auch schon wieder Nacht, ich würde sagen, wir schlafen mal da oben ganz kurz, ich müsste das Bett umdrehen, dass ich in Richtung Sonnenuntergang gucke, oder zumindest irgendwo in eine andere Richtung, andererseits, ne, komm, weißt du, so, gucken wir mal in diese Richtung, und dann, ach, gute Nacht, so, ach, erst mal strecken hier, so, und mit diesem wunderschönen Ausblick auf das noch nicht fertige Haus, das sieht auch natürlich auch total wunderschön aus einfach, würde ich sagen, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo ich dann mal gucke, was ich dann mache, aber erst mal, genießen wir nochmal den Ausblick hier über diese Welt, ich kann ja mal, haben wir zwar wenige FPS, ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich mal, äh, wo ist es denn, hier, die Render Distance mal auf Extreme stelle, dann sind es natürlich nur noch 12 FPS, aber, so, kann man sehr weit gucken, so, warum das nicht funktioniert mit meinem PC, ist mir ein Rätsel, Minecraft ist einfach so schlecht programmiert, das geht einfach nicht, da hinten, Alter, das ist ja noch, äh, es ist noch die Höhlenmarkierung von ganz, ganz am Anfang, so, kannst du sehr weit gucken, wie man sieht, ah, man, lad doch mal, lad doch mal, so, aber immerhin, 14 FPS, wow, das ist ja richtig, äh, ist ja richtig schön viel, 12, ja, man sieht, wie weit man gucken kann, wenn es dann irgendwann mal lehnt, ich mache mal wieder normal, kann ich eigentlich auch, Farb plus 32, nee, das geht nicht, Farb plus 16, nee, das geht auch nicht, warum geht das nicht, ich verstehe das nicht, warum geht Farb plus 16 zum Beispiel nicht, das ist mir ein Rätsel, echt, naja, gut, jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten, und dann bis zum nächsten Mal, und dann bis zum nächsten Mal,